Musik Dann gehen wir mal zum Jahr über Ja, was wollt ihr? Ah, ihr seid es Tja, nun werden wir ja sehen, ob die Geschichten über euch stimmen Es gibt eine Gruppe von Banditen, mit denen ich ein paar diskrete Geschäfte abgewickelt habe Der Anteil, den sie mir gegeben haben, war anfangs gut Aber jetzt wird es Zeit, aufzuräumen Kümmert euch darum Gut Tötet alle Banditen Lasst Hm, wo? Einen übrig Nicht euer Ernst da hinten? Okay So, von Jarl aufgetragen Tötet die Anführer in einer geilen Schlucht Miene Den wollen wir natürlich gerne an Ist da jemand? Ja Ist da jemand? Ja Ist da jemand? Ja Tötet die Anführer in einer geilen Schlucht Tötet die Anführer in einer geilen Schlucht Also drinnen Also drinnen Also Es gibt mir überhaupt keine Gegner mehr oder Hallo Von euch gegen mich zu kämpfen Na ja, aber einer mehr lassen, wir sind kritisch hier wohl Die schmieden hier Sachen Ich brauche nicht ziehen, weil, naja, warum nicht? Die schmieden hier Ich brauche nicht! Ich brauche nicht! Ich brauche nicht! auch hier und aufgrund denn es ist kein Wunder dass wir die Orks zweimal die Experten muss eigentlich mal dann schon wieder hin die Expertenwo ging auch so auf weiter im Erdsteiger naja hallo ähm, hat das vergeten? Falsch! ach das müsste reichen du hast mir gerade den Kopf abgehauen das ist wohl weggelaufen vielleicht würde ich mich vorher heilen da das 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 Ich wollte sie noch. Geh zur Akademie, sagt Vater. Noch zu eurem Verstand hat er gesagt. Woher soll ich denn wissen, welcher Akademie war er eigentlich? Aber, guck, ob es ein Mide ist. Geht. Oh ja, lehrt's da. Naja. Wo ist denn mein Damp-Heidi? Ne, ich möchte das lieber so aufschlossen. Ich hätte ja den Schlüssel nehmen können, aber... Ich würde lieber den Schlüssel. Ich sehe noch wer. Nö. Aber, das kann man sich mal wieder als Miene gut vorstellen, weil es gibt hier wirklich mal ein bisschen Erz. Bisschen viel. Falkenring, Landortesial. Ja, ich hab hier... Deine. Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand... Das wird Ihnen eine Lehre sein. Hier. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Wisst ihr was? Ich mag euch. Ihr habt keine Angst, eure Hände schmutzig zu machen. Ich erteile euch hiermit die Erlaubnis, in Falkenring Grundbesitz zu erwerben. Sprecht mit meinem Vogt, falls ihr daran Interesse habt. An meinem Hof wäre noch Platz für eine neue Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Dann macht euch auf den Weg. Besucht mich doch mal wieder. Vielleicht habe ich dann einen Auftrag.